Wir haben wunderbare Musik, einen herrlichen Unterstützer. Pablo Miro ist da und wird uns die schönste Musik vorspielen. Okay, viel Freude heute. Und wie sie lügen, skrupellos, ja, so skrupellos. Sie verdrehen, Fakten unverstehen, dass die Wahrheit ihnen nicht wichtig dient. Oh no, oh no, oh no, doch wir haben keine Angst, haben keine Angst. Nicht vor euch, und ihr habt solche Angst, dass wir sie verlieren. Sie haben das Sagen, sagen sie, Widerstand soll keiner wagen. Warnen sie, überall schleichen sie sich ein. Und bist du nicht dabei, so bist du der Feind. Yeah, oh no, oh no, wie Julian Assange, wie Manning, Edward Snowden. Doch wir haben keine Angst, nee, haben keine Angst, nicht für euch. Und ihr habt solche Angst, dass wir sie verlieren. Und ihr habt solche Angst, dass wir sie verlieren. Sie lügen, und wie Sie lügen, Presse, Wirtschaft, Politik, Kammern, Korrumpieren, meinen Sie, Ja, unantastbar fühlen Sie, ziehen Sie Ihre Fäden, Ja, doch wir haben keine Angst, sing mal mit, haben keine Angst, nicht vor euch, nochmal, alle zusammen, doch wir haben keine Angst, haben keine Angst, nicht vor euch, nochmal, lauter, und wir haben keine Angst, haben keine Angst, nicht vor euch, und ihr habt solche Angst, dass wir sie verlieren, Tropfen auf Tropfen zerbricht, früh oder später, jede Schicht, jede Schicht, und wir haben keine Angst, haben keine Angst, nicht vor euch, und wir haben keine Angst, haben keine Angst, nicht vor euch, Und ihr habt's, ihr habt's, doch ihr habt solche Angst, dass wir sie verlieren, Tropfen auf Tropfen zerbricht, früh oder spät, jede Schicht, Ich hab noch ein weiteres politisches Lied, bevor ich was politisch, nicht so ganz politisch mache, aber den möchte ich noch singen, Ich hab mich mal versucht, hineinzuversetzen in diese Köpfe, die bereit sind, einen, man muss es einfach sagen, die Intelligenz, die Schlauheit, die Scharfsinnigkeit eines Julian Assange, von Edward Snowden, einer Manning, diesen Mut zu haben, Den haben sie nicht erwartet. Und jetzt kommt die Brutalität heraus, mit der sie bereit sind, auch in Zeiten der Demokratie, einen Rechtsstaat auszuheben, auf Rechte, zivile Rechte zu verzichten, das war eine Nummer zu viel, das hatten sie nicht erwartet. Und sie wollen die Besitzer nicht nur der Ressourcen weltweit sein, sie wollen nicht nur determinieren, wo Krieg geführt und wo nicht, sondern sie wollen die Wahrheit besitzen, als wenn sie nur ihnen gehören würde. Und wir dürfen sie 20, 30 Jahre später mit diesem Declassified Documentation erfahren, wenn sie gar nicht mehr wichtig und relevant sind. Aber wenn sie zeitnah, spontan, durch Forschen, Recherchieren, durch Schutz der Quellen über eine Plattform, man muss verstehen, das habe ich gerade vor kurzem verstanden, wie wichtig Wikileaks ist. Und zwar bin ich sehr aktiv im Moment als Südamerikaner, ich bin deutscher Argentinier und bin sehr aktiv für Bolivien. Warum? Weil jetzt am Sonntag wird dort gewählt und diese Putschisten verdrehen, jetzt schon verfaulen, jetzt schon die Wahlen und sie sind bereit, wenn das nicht gelingt, die Fälschung der Wahlergebnisse, dann werden Bomben gelegt werden in Hotels, wo die Wahlbeobachter sind und diese Wahlbeobachter, wenn die Bomben da hochgehen, dann wird das dem Mast, dem Movimiento Socialismus zugeschoben werden und wenn das nicht klappt, dann gibt es einige mutige Whistleblower, die, wie jetzt, gestern habe ich ein Video bekommen von einem Soldat in Bolivien, der sagt, wir lernen gerade zu schießen auf Menschen, trainieren, weil wenn das alles nicht klappt, dann sollen wir auf die Menschenmassen direkt schießen. Mit Munition aus den USA, mit Waffen aus den USA, er beschreibt technisch die Patrone, die Bolivien nie gehabt hat und diese Nachrichten, diese Nachrichten zu dokumentieren, das schafft man nicht ohne Wikileaks, warum nicht? Weil ich habe zwei Quellen bekommen, die habe ich der Heike Hänsel, der Linken zugeschickt, die wunderbar mitmacht und vielen anderen, der Lesur, Informationsnachrichtagentur Südamerika, warum funktioniert das nicht, wenn man nicht Wikileaks hat? Weil alle sagen können, naja, wer weiß, woher du diese Quelle hast, wer das wohl gesagt haben mag. Natürlich, diese Quellen können nicht ihren Namen geben, weil sonst kommen sie an die Mauern und werden erschossen. Ich habe auch eine Nachricht, wir haben eine Nachricht bekommen über diesen Plan, der jetzt gerade stattfindet in Bolivien und auch da ist die Quelle nicht natürlich bekannt gegeben. The Morning Star, ihr könnt in The Morning Star Tolles sehen über einen Whistleblower-Bericht, aber The Morning Star, Ben Checo ist der Journalist, damit ihr wisst, worum es geht, hat mir persönlich geschrieben, Ich kann mir leider die Quelle nicht verraten, weil sonst ist diese Person dran. Und deshalb ist Wikileaks so wichtig, weil Wikileaks wird zur Gewährleistung der Quelle, ohne den Namen anzugeben. Deshalb ist es wunderbar, was Julian Assange kreiert hat und es ist wirklich ein Dorne im Auge dieser Ganzmächtigen, weil er kämpft für die Freiheit der Nachrichten und der Wahrheit. Es geht gar nicht um die Freiheit von Julian Assange, meine Damen und Herren. Es geht um die Freiheit der Wahrheit. Die Freiheit der Wahrheit, dass wir die Wahrheit rechtzeitig erfahren. Gut, ich spreche nicht mehr, weil die Sprecher gibt es, ich soll ja Musik machen, also mache ich Musik. Ich habe mich da hineinversetzt in die Köpfe dieser Leute. Wie denken diese Leute? Und zwar Nun habe ich ein paar Millionen endlich geerbt, wo soll ich investieren? Welches Rezept? Doch meine guten Freunde wissen es schon längst, langjährige Erfahrung in Ost und West. Denn da wo Blut fließt, das ist wie Goldrausch. Da wo Blut fließt, hält sich das Gewissen raus. Denn da wo Schmerz fließt, das ist wie Goldrausch. So leicht war es noch nie im Namen der Demokratie. Ob es um Diamanten geht oder um Waffentrade, Söldner vermittle ich gern in nah und fern. Ausreden finde ich leicht, man schaffe Krisenzeit, Man verfeinde schnell und breit. Ganze Regionen durch Religionen. Denn da wo Blut fließt, das ist wie Goldrausch. Da wo Blut fließt, hält sich das Gewissen raus. Da wo Schmerz fließt, das ist wie Goldrausch. So leicht war es noch nie im Namen der Demokratie. Man manipuliert die Meinungsfreiheit. Journalisten sind nicht erwünscht. Jeder hat doch einen Preis. Diplomaten, Militärs zahle ich ihren Preis. Es ist wie Shopping gehen, Koffer statt Portemonnaie. Letztendlich ist der Profit phänomenal. Denn da wo Schmerz fließt, das ist wie Goldrausch. So leicht war es noch nie im Namen der Demokratie. Es geht einfach um die Leidenschaft, dass wir hier sein können, dass wir uns für Julian Assange einsetzen können, dass unser Herz, unsere Seele, unser Blut, unsere Energie nicht los hat. Wir müssen beharren. Behaarren sind die Tröpfen, die den Stein letztlich spalten. Und da habe ich ein Lied für diesen Mut geschrieben. Das geht so. Wenn alles dumpf ist, dicht und fett wie Sumpf Und alles schmeckt so fad und alles ist so kalt Oh, 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 oh Komm, gib mir schnell deine Hand und lass uns hier raus Das Spiel ist längst nicht vorbei Das Eben ist wie das Meer, es schäumt und es strömt frei durch diese Welt Wie lange warten, wie lange noch und köstlich unsere Zeit und alles steht bereit Komm, sei nicht feig, zeig mir deinen Mut, Mittelmäßigkeit Macht uns dick unarm, macht uns bloß dick unarm Komm, gib mir schnell deine Hand und lass uns hier raus Draußen sind wir zu Haus Das Eben ist wie ein Traum, ein Spruch überm Zaun und schon kann alles sein Das Eben ist wie ein Traum, ein Spruch überm Zaun und schon kann alles sein Das Leben ist wie das Meer, es schäumt und es strömt Frei durch die Welt, frei durch die Welt Das ist mein Dank an Julian, mein Dank an all diejenigen, auch an uns Dass wir nicht resignieren Julian ist für mich einer der größten Helden unserer Zeit Es ist unglaublich Er ist einer der größten Helden unserer Zeit Es ist uns glaublich, dass die Täter, die giftigen Täter immer sofort den Finger raus strecken Um den anderen anzuzeigen Und der Täter wird angeblich zum Opfer Sie wollen das immer wieder verdrehen, das ist immer wieder das Spielchen Das ist schon eine Masche, eine Methode Aber keiner, keiner kann uns weismachen, dass die Schuldigen genau die anderen sind Das heißt, im Grunde genommen müsste man sich das so vorstellen Julian Assange befindet sich im einzigen freien Raum Und die anderen, die da eingesperrt haben, die sind im Gefängnis unterm Himmel Aber sie sind verdammt von uns Dieser Himmel ist die Verdammung dieser Menschen, die ihn eingesperrt haben Ein Dankbarlied für dich, Julian Vielleicht siehst du es irgendwie Wir sind alle hier, wir werden mehr werden Wir werden durchhalten Bis du in Freiheit wieder gerätst und kommst Und deshalb dieses Lied Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes La mujer Que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el abecedario Me dio el abecedario Y el abecedario Con él las palabras Que pienso y declaro Madre amigo, hermano Y luz alumbrando La ruta del alma De la que estoy amando De la que estoy amando Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados De mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y charcos Madre más eternas Y luz alumbrando La ruta del alma De la que estoy amando Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando abro al fondo De tus ojos claros Cuando miro al fondo De tus ojos claros Cuando miro al fondo De ese amor vacío Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el oscuro Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales Que forman mi canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida 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 Danke schön.